einen schönen guten morgen am heutigen dienstag mit drei währungsparen und zwar den cable austral dollar japanischen yen und euro japanischen gehen wir hier in den handel hinein von meiner seite freue ich mich heute wieder auch einige live zuschauer hier dabei zu haben ich blende mir auf meinem oberen monitor gleich mal noch die fragefelder ein das heißt hier an dieser stelle die chats das heißt wenn fragen oder wünsche da sind bitte nicht scheu sein sondern einfach in den entsprechenden chatfeldern hier bei uns auf facebook oder auch über die übertragung auf go to webinar einfach die entsprechenden werte eingeben und dann können wir uns das ganze hier gemeinsam in aller ruhe live auf dem schirm mit anschauen bevor wir ins webinar rein starten wie immer der obligatorische hinweis der risikohinweis den bitte ich hier so wie er in gänze dasteht auch zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds aufmarschen der kann zu verlusten führen schauen wir in die tagesnachrichten hinein heute wieder pickepacke voll wie die ganze woche wir bekommen sehr sehr wichtige daten heute geht es hier los wir sehen es relevanz nummer drei da steht sehr viel britisches fund bzw großbritannien mit drinnen warum es gibt da wichtige daten auch rund um das thema brexit hier heute abend gibt es die nächste parlaments abstimmung über den brexit deal da gab es ja guten morgen elena da gab es ja gestern seitens der europäer eine verlautbarung dass es wohl eine verbesserung oder eine veränderung bei dem thema irland geben soll muss man sehen was daraus wird was das parlament darüber macht es bleibt auf alle fälle sehr sehr spannend wie heute abend das parlament abschließt ja oder nein und dann werden wir sehen wie es dort weitergeht auf alle fälle ist das thema ein allseits begleitendes heute um 10 uhr 30 dann auch aus großbritannien informationen zur produktion des verarbeitenden gewerbes wir bekommen das monatliche bib hier auf quartalsbasis dann gibt es hier aus den usa um 13 30 den verbraucherpreis index und wie schon gesagt um 18 uhr die parlaments abstimmung über den brexit deal oben wie genannt um das thema auch der der wirtschaftsdaten gibt es um 10 uhr 30 dann aus großbritannien noch die industrieproduktion die handelsbilanz und die nicht eu handelsbilanz um 10 uhr gibt es dann noch ein treffen der eu finanzminister möglicherweise wird da ein bisschen was erzählt zum thema brexit was haben wir noch um 11 45 da wird eine rätte seitens der ezb gehalten 13 uhr 30 bekommen wir aus den usa die nächsten wirtschaftsnachrichten hier rund um den verbraucherpreis index also das was hier oben schon gesehen haben gibt es noch ein wenig mehr informationen dazu die werden hier immer separat auch aufgeführt das also die wichtigsten dinge für den heutigen tag olaf einen schönen guten morgen natürlich an meiner seite oder von dieser seite her aus auch erwähnt bitte immer auch auf die eigenen handelspaare schauen das heißt wenn es hier nachrichten gibt die andere ja sag ich mal währungspaare oder indizes betreffen könnten bitte immer auch die eigene vorbereitung so weit vorantreiben dass man auch schaut was kommt denn hier beispielsweise aus kanada oder aus mexiko oder wo auch immer sie hier ein währungspaar traden oder einen index traden was kommt denn hier an dieser stelle an nachrichten dass man das auch mit planen kann und ich würde sagen wir gehen gleich mal rein in die charts ludge einen schönen guten morgen und schauen mal was hier beim trading heute auf uns wartet es ist wieder mal eine wirklich hervorragende zeit und ich weiß emotionen haben beim traden nicht wirklich viel zu suchen das weiß ich selbst aber wenn man einfach sieht wie gut die dinge die wir hier besprechen funktionieren dann kann man sich hin und wieder schon mal freuen da sehen wir beispielsweise gestern hier guckt mal auf den dax hier drauf was wir mit besprochen hatten das umkehrsignal vom freitag das kann fand gestern wirklich par excellence die bestätigung und schaut jetzt haben wir hier die bewegung schön nach oben hin am laufen was jetzt hier oben wird ob wir über diesen widerstand bei 11.700 euro drüber gehen oder nicht i don't know ich habe keine glaskugel das wird keiner wissen von der seite her müssen wir einfach abwarten aber es ist einfach immer wieder schön zu sehen wie diese muster innerhalb der trends funktionieren und eines meiner lieblingsmuster sind ja die bullischen oder bärischen flaggen und da sehen wir auch etwas im cable hier britischer fund us dollar da hatten wir vor einigen tagen schon mal drüber gesprochen als wir noch ein stück weit höher stehen wo diese schöne sage ich mal abwärts trend kanal hier nach unten gelaufen ist den hat es geführt sehr 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 tief in die korrektur hinein deswegen habe ich das währungspaar heute auch mit auf den schirm genommen in meiner vorbereitung gestern da gucken wir auch gleich mal drauf wie ich das ganze für den heutigen handelstag auch vorbereitet habe da sah das bild noch ein klein wenig anders aus da hatten wir der markt ein wenig in strich durch die rechnung gemacht aber so ist das leben als trader nun mal wir können mit den dingen die jetzt da sind trotzdem weiter arbeiten nichtsdestotrotz was haben wir hier wir sehen einen großen trend wir sehen den bewegungstrend und wir sehen die korrektive phase des ganzen mit dem support hier unten am bewegungstief am bewegungstrend tief bei 1 29 682 und schaut mal was hier gestern passiert ist da unten lagen fast dynamit oder was auch immer auf alle fälle der kurs ist nahezu explodiert er hat den trend nach oben hingebrochen und ist extrem dynamisch hochgelaufen hat kurz korrigiert und hat dann hier heute morgen oder in der nacht das ganze einfach brutals nach oben weg geschoben mein plan war es eigentlich hier aus der trendfortsetzung der stunde die position zu eröffnen und oben diese ziele die ich hier auch eingemacht habe wo der markt reinlaufen könnte aus dem stundentrend mit abzufischen so what es ist passiert was passiert ist der markt schnäppste hoch aber das ist alles überhaupt kein problem aktive trader können ja auch aus korrekturen heraus handeln das heißt wenn wir uns das ganze jetzt mal in der stunde mit anschauen dann sehen wir was hier passiert wie schon gesagt gestern kam mir wirklich schön diese dynamische aufwärtsbewegung hier noch mal kurz die korrektur und den markt schiebt es halt hoch und jetzt sehen wir gerade wieder just in dem moment geht so ein bisschen die korrektur hier zu ende und der markt strebt schon wieder nach oben das heißt wir haben ja nach oben hin noch etwas luft zumindest erst einmal bis zum korrektur hoch beziehungsweise bis zum trend hoch was wir hier oben stehen haben das hatte ich ja mit eingekreuzt auf dem tagesschart und darüber hinaus kann es natürlich auch weiter gehen ich möchte nur noch mal kurz auf dieses bild zurück was ich im kanal auch gezeigt hatte weil das ist ja das was diese korrekturen auch ausmacht hier das ist schön der abwärtstrend den wir hier mit laufen haben der schwingt nach unten und hier sehen wir immer wieder wichtige staubereiche wo die märkte aus einem rücklauf wieder direkt runter gedreht sind da hatten wir halt wenn wir von hier unten gekommen sind bei diesem bereich hier um die 1 31 9 beziehungsweise die 1 32 5 und hier oben die 1 32 6 zu 1 7 das also hier oben rein da ist der markt rangelaufen fand hier oben keine käufer mehr und korrigiert jetzt wenn wir uns das ganze bild mal im kleinsten anschauen dann sehen wir halt dass wir hier einfach die korrektur hatten und jetzt strebt der markt hier wieder schön nach oben wir können hier nach oben hin weiterhin auch traden es gibt noch ein bisschen was als anlaufpunkte das heißt potenzial ist auch da und möglicherweise stößt diese starke dynamik die wir haben die wahrscheinlichkeit ist ja auch da definitiv über die hochmarken drüber die wir vor uns noch liegen haben das heißt wir haben hier oben bei 1 33 knapp 5 haben wir erst einmal das trend hoch liegen und wenn wir etwas darüber schauen dann können wir ja mal hier drüben gucken was danach noch kommen kann weil das war es ja nicht gewesen wir haben hier noch einige marken wo wir ran laufen können einmal hier die 1 33 6 5 und dann hier das nächste hoch aus dem ablauf hier was wir unten hatten die markanten marken die kann man da ja immer wieder gut nutzen die 1 34 7 7 8 in etwa was ich ran gezeichnet habe das heißt wenn wir wirklich schön dynamisch hochlaufen und hier über dieses hoch drüber hinausgeht dann gibt es mittelfristig gute anlaufpunkte die man jetzt schon planen kann wo der markt in zukunft weitere käufer finden kann das bleibt äußerst spannend muss ich sagen weil wenn man sich das ganze bild auch mal auf der wochenbasis anschaut dann sieht man halt auch dass das wochen hoch sind und dass der wochentrend hier drüber gebrochen wurde was ich hatte und jetzt wenn es darüber weitergeht dann läuft dieser markt hat auch in die woche nach oben das heißt hier setzt sich der wochen auf trend aufwärts trend nach oben und das ist dann schon eine sehr sehr interessante geschichte auch mit blick auf mittelfristige kursentwicklungen super gut dann schauen wir mal hier im bereich der weiteren währung austral dollar japanischer yen gucken wir da gleich mal rein wo haben wir es liegen austral dollar japanischer yen hier ist er auch das sehr sehr schön im chart mit drinnen hier an dieser stelle sehen wir den aufwärts trend im austral dollar japanischen wie bei allen yen gebundenen währungen hatten wir hier im januar anfang januar diesen massiven spike nach unten und der dann auch wie in vielen anderer dieser charts aufgetauchten märkte lief der hoch und bildete so ein bisschen aufwärts dynamik so die aufwärts dynamik hier ist jetzt weiterhin latent auch vorhanden das sehen wir auch der markt will nicht wirklich runter wir haben hier unten einen support bereich ungefähr um die 77 6 und hier oben haben deckel momentan drauf bei marken von 79 8 das hier in diesem falle das schöne da an dieser stelle das ist das was wir jetzt haben und jetzt sehen wir hier einen schönen schönen punkt wo wir sagen können inbound in range trading funktioniert hier momentan hervorragend heißt also man kann hier mit diesem chart verschiedene dinge auch kombinieren wo ich sage hier müssen wir jetzt einfach mal schauen dass wir hier einen guten zeitpunkt erwischen weil wir haben das umkehrsignal das ist gestern hier das ist vorgestern gekommen also am freitag gestern ist das ganze in bestätigung gelaufen so jetzt sind wir hier innerhalb der range und diesen titel habe ich jetzt mal mit heute auf die uhr genommen um einfach zu sagen wir müssen den ganzen hier mal auf die watch das ganze mal auf die watch das legen warum wir haben immer noch die möglichkeit eines in range trade so das heißt nummer eins auf alle fälle wir laufen ja jetzt wieder in richtung der sag ich mal übergeordneten dynamik nach oben wir sehen ja hier der markt will eher nach oben als nach unten auch wenn wir momentan seitwärts laufen wir haben immer wieder chancen die oberseite anzulaufen jetzt wird das ganze hier interessant das was wir hier sehen die range ist breit genug dass man mit blick in die stunde immer mal wieder schöne trends erwischen kann die schön nach unten nach oben laufen das heißt hier an dieser stelle setzt sich dieser trend nach oben fort kann man ohne weiteres in den kleineren zeiteinheiten ja hier ein bisschen was schweden wenn wir halt merken der markt läuft nach oben das heißt mit blick in den tagesschatz sind wir jetzt wieder hier im mittleren bereich angekommen das heißt möglicherweise läuft das ganze hier auch noch weiter nach oben weg wir sind ja hier über den tags hoch drüber wir haben wir oben noch ein paar tages hoch so bis oben hin zur marke von 79 8 haben wir noch etwas luft das ist das eine für das kurzfristige trading diejenigen die in range trading machen wollen schauen dann hier oben nach was passiert denn hier oben kommt hier wieder mal schwäche rein dann haben wir alle chancen von der oberseite wieder ein stück weit nach unten mit zu treten das wäre der zweite punkt der dritte punkt wäre der das ganze weiter zu beobachten möglicherweise sehen wir dann irgendwann den bruch hier oben raus das ist das für das mittelfristige trading für die mittelfristige planung schafft der markt oben drüber raus das wäre das positive zeichen dann mittelfristig geht es hier auf die marken die wir hier drüben liegen haben das ist noch etwas geschichte aber alles steht bevor schafft der markt allerdings nicht weil wir jetzt hier wieder mittleren bereich angekommen sind weiter nach oben zu laufen und kommt hier mit schwäche rein dann ist was anderes interessantes da also wir sehen hier fließen einige interessante sachen zusammen hier schaut mal was wir dann haben wir haben ja jetzt naja das ist ein bisschen jetzt versprungen aber gut es kommt wie es kommt hier hat man das hoch so jetzt haben wir gucken was wir hier haben so jetzt haben wir das ganze laufen wir haben es hier nicht geschafft oben drüber zu laufen der widerstand war zu groß und wenn wir jetzt früher rumdrehen als hier oben das heißt ein neues tieferes hoch machen und dann wieder nach unten drehen dann haben wir nämlich wenn der markt hier unten drunter durchbricht hier abwärtstrenden validen abwärtstrend und der wenn der hier drunter durchbricht der hat dann wiederum die chance offen das große bild wieder aufzunehmen heißt also hier mit blick nach unten in dieses große freie feld in richtung dieses januar tiefs bei 70,5 reinzulaufen das ist die interessante story die wir hier haben das heißt hier ist einiges an möglichkeiten gegeben wir müssen einfach nur schauen was der markt hier spielt um uns dann an die richtigen stellen mit reinzusetzen ins boot sozusagen und damit zum dritten währungspaar wir bleiben im japanischen yen diesmal euro japanischer yen hier ein bisschen ein anderes bild keine trading range sondern hier läuft es auch schon wieder an das ist verrückt wir haben hier die situation wir hatten die umkehr hier unten dieses umkehrmuster was sich hier gebildet hat das kam jetzt in bestätigung rein heißt also die fortsetzung übers tages hoch von gestern hat die bewegung in gang gesetzt die bewegung in sinne des trendhandels hat jetzt eine menge menge potenzial setzt sich dieser aufwärts trend hier fort ja hier sehen wir ja der chart sieht ein bisschen anders aus als der gerade der hat hier diesen schub der hier nach unten weggenommen da hatten wir ein korrektur hoch bei 127 088 das hat der markt schon mal raus genommen das heißt dieser aufwärts trend hat es schon geschafft über dieses hoch drüber zu laufen ist zwar wieder abgedreht aber das ist kein problem der trend ist weiter aktiv wir kommen weit von unten raus potenziale nach oben hin sehr sehr interessant hier das tages hoch von was ist das letzte woche donnerstag glaube ich bei 126 448 dann haben wir hier noch ein tages hoch was haben wir hier als hoch die liegen so eng beieinander da kann richtig dynamik reinkommen das hoch hier bei 126 533 dann haben wir hier schon das nächste tages hoch bei 126 935 und dann haben wir schon den bereich hier oben am aktuellen trend doch das heißt da ist einiges da was diese bewegung nach oben hin beschleunigen könnte wenn hier käufer mit orders entsprechend warten im sinne dieses aufwärts gerichteten trends und das ist das was wir hier sehen und das schöne sehen wir halt auch im stunden trend wenn wir uns das mal anschauen wir haben hier hervorragend laufen einen schönen aufwärts trend ja der läuft der schwingt sich schön nach oben mit rein läuft hier setzt sich jetzt in kürze fort wenn wir drüber laufen und hier sehen wir wenn wir das ganze etwas kleiner scrollen dass der markt hier hier hat das schön nach unten geschwungen und da sehen wir auch die markanten staubereiche auch im stunden trend und das sind dann natürlich die anlaufpunkte die ich im tagesschatt auch schon markiert hatte die bei einer trend gestaltung nach oben das heißt die bewegung nach oben das sind die marken die wir dann auch anlaufen und möglicherweise liegen hier halt die absicherungs orders der händler die hier nach unten getradet haben die dann dynamik mit ins spiel bringen auf die oberseite das also hier zum währungspaar euro japanischer yen an dieser stelle so jetzt schaue ich mal noch mit rein wen wir hier noch mit dabei haben wolfgang einen schönen guten morgen und ich würde sagen gucke ich noch mal nach handels wünsche beziehungsweise nach wünschen im markt hier habe ich momentan keine weiteren trade wünsche beziehungsweise wünsche für das ein oder andere währungspaar von der seite her gerne bis morgen spätestens um 8 uhr gibt es wieder den blog eintrag mit drei interessanten charts aus meiner sicht und um 8 uhr 30 treffen wir uns gerne hier an gewohnter stelle wieder zur besprechung unserer live ideen bis dahin allen einen schönen erfolgreichen handelstag bis morgen tschüss